ok ja ja das kann man doch auch genug gemacht jetzt happy happy wird jetzt wieder mal gehelpt die brille sitzt ja passt alles gut auch ja er ist es gerne gerade zu syria was von hotel wir haben kann man ja schon also mal was da falsch ist und haben so am fernseher wie man es macht wir dürfen nicht zu laut machen da ich bin bereit happy let's go ja übrigens frohes neues jahr scheiße was denn alter du hast toll gut ja okay also das machen wir ganz wie folgt wir brauchen das blaue spray bis discount hat die fresse hier weg gehe weg habe ich gesagt leise ja dafür ist die fernmitte da wir haben hier hat wir brauchen eine spritze ach du scheiße was braucht man da jetzt du bleibst daher aufgepasst sehe das ist egal was das richtige nein da habe ich gesagt bleibt da der tote das rote ja tut mir leid jetzt haben sie irgendwas bekommen passiert ich hab dir sagt du sollst leise sein bleib da habe ich gesagt willst du mich verarschen oder was was für ein drama oh nö bitte bitte nicht ok ja was soll man dazu sagen das war ein bisschen unfair aber ok nehme ich mit willkommen zurück die Patientin ist präbt und bereit die Medikation beginnt in 3 2 1 oh nein bitte nicht hallo hallo ach so ist schon drauf ach meine Lieblingskräftigung wer steht ja an den Kragen leise leise pssst bitte leise sein hat nicht erreicht nichts passiert nichts passiert keine Sorge ich mach nichts mit dem gearm kleinen ein 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 fernse jetzt kein fernse an tut mir leid was ist eigentlich dein scheiß problem jetzt mal ehrlich ich sehe schon da ist ja auf jetzt nicht zurückzudrehen mensch ins die Patientin Kandys die Kandys die Kandys die Kandys die Kandys jetzt nicht essen erst voll Wut voll Wut voll Wut wieder Hammer Alter Hammer geil das Schwierigste zuerst ok bleib da hinten habe ich gesagt boah Leute in die Kandedienung alles gut keine Sorge Fernseher ist aus warum musst du da unbedingt Werbung kommen Alter so warte ey ach das Ding funktioniert nicht richtig Mensch scheiße Maske alter das mache ich jetzt noch fertig man ja was was denn hier oh ja als bin ich schief man 3 2 1 ist vielleicht besser so die zufragen von por morgens h hohe 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 ja duf dass das so schief ist alter Ah, das ist fast ja, zu dir. Hey, B. Hey, do you mind? Nee, okay. Ah. Oh nee, I thought I'd have to play with the loudspeaker. Mach die Scheiße aus hier, Alter. Hau ab! Bist nicht laut deswegen? Ja, okay. Boah. Oh. Oh. Komm da nicht ran, Mann. Oh, gut. Bing, bing, bing. Ja. Spritzer. Gut, äh, rot. Rote Spritzer. Auah. Mann. Was auch, du schreist, ey. Alles süß. Keine Sorge. Hau ab. Mit dir denn auch noch angucken muss, Alter. Bip, bip. Ich werde langsam verrückt, ey. Was ist mit dir falsch? Dein Bein. Dein Arm. Das Bein muss ich nur reinigen. Und ich mach erst noch den Arm. Fängt's wieder an mit Legging, auch gut. Finde ich super. Boah. Perfekt. Blaues Spray. Hallo. Blau. Blau. Danke. Vielleicht kommt Werbung. Ah, Lüder. Äh. Ja. Noch einer. Boah. Oh, nein. Bitte nicht. Ah, Jungs. Geh weg. Ah, ja, wollte ich schon sagen. Was soll denn das hier? Ah, jetzt bin ich wieder den Hammer brauche. Ich hasse das. Ey, dass diese scheiß Maske nicht funktioniert, Mann. Ich will erst mal ausrichten. Ich mach das jetzt nicht nochmal. Ist mir zu blöd geworden, jetzt. Ja, scheiße, Mann, ey. Was soll ich sagen? Backstage? Äh, hör mal was Neues. Mit Moon oder Sun? Helps the staffbots get ready for their performance. Put the white makeup on. Don't forget the assessors. Take them from the main engine. Hates, äh. Off the staffbots machen. Soll ich sie nicht böse machen. Ungeschissen. Also egal. Okay, dann let's go. You must be the new wardrobe assistant. Hallo. These staff prepare for showtime. They will need hats, glasses, and makeup. Your task is simple. Match the headshot. Confirm readiness when your next subject enters. Attention to detail is key. Be quick about it. Do not make them miss their cues. Supernumerary talent can hold a grudge. It's best practice to stay on their... What do you want? Äh. Oh. Affine, warme, das ist. Hä? Ready? Kann ich nochmal neu starten? Kann ich nochmal neu starten? Voll verkackt. Ich hab's ja irgendwie nicht verstanden. Boah. Hab's jeder verkackt, Mann? Ich... bin da nicht mehr ran. Ach, ich bin nicht gerade, Mann. Warum bin ich nicht gerade? Wie mach ich denn jetzt das Nü auf? Hey, Leute. Da war doch was. So, jetzt ist bitte alles gerade, danke. Showtime Staff, report to wardrobe. Alle Pinsel ran. Ach, ich bin ja bloße. So. Aber rechts nicht so, oder? Okay. Okay. Ey! Window all in her. Da. Hä? Hallo. Da. Hat alles gepasst? Anscheinend schon. Äh, der wird Chica. Chica. Monty, Lila Lila, Monty Äh Blaue, Chica Äh, Sterne Sternenohrringe Oh, hallo, sieht aus wie Roxy Äh Hallo Was ist denn das, ach Gute Haare und Ein Schnurrbart, oder was ist das? Schnauzerle Ja, also ich sag mal gar nichts Steine Brille Mach auf da jetzt Ander Ander Und Komischer Nee In der Schnauze aus, Mann Das ist gekackt Chica Äh, Moon Und Chica Und Die Aber Brille Haben wir nicht Moons Kappe So Hier Sternchen Ach, da ist der Schnauzer, den ich brauchte Wollte ich den jetzt auch noch Und den hier Nein, das ist der falsche Der falsche Natürlich Aber der hier Und dann der untere Du das, nee, bist du nicht Verstehe ich nicht Aber egal Heute Schaffen wir Nicht Auch gut Nice Ich find's klasse Warum darf ich das nicht machen, Mann Best Lid Schwer Auch muss ich echt Bonke Bonke machen Oh, Mann Probieren geht über studieren Let's go Los Komm, komm her Gibt's hier Ja Yes Links funktioniert wieder nicht Auch gut Äh, der war nicht Hast du alles Als Traff erzählt Das War Ungeil Okay 30 Punkte Oh, jetzt kommt Baby Ja, fangen wir an zu laggen Auch gut Ja, auf Baby konzentrieren Ist das auch so dunkel, dass man die voll scheiße sieht Ich habe das Ich habe das Oh, up es zählt nicht mehr willst du mich verarschen ja jetzt wird es schwierig diese löcher da sind das problem ich mag die nicht der baby rauskommt habe ich war kakt ob es zu ja ich höre ich doch Oh, Punkte! Punkte, Baby! Bitte! Nein! 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 Mann, so ein Kackspiel aber auch! Continue. Boah. Mann, ich war so gut! Fünf Punkte, einmal Blush Baby mehr. Das eine, was da nicht gezählt hat, ey. Das ist so unfair gewesen. Oh. Oh, ein paar mehr Bonnies hätten mir gut gehen. Ja, der zählt nicht. Willst du mich verarschen? Oh, das hat so was verdient, Alter. Aber hier auch. Ey, der zählt auch nicht mehr. Oh, Alter. Ja, der ist noch schlechter als vorher schon, Alter. Was ist denn das? Äh, jetzt müssen wir uns ganz gut trennen. Auch Punkte machen. Kann ich mir selber jetzt versaut irgendwie? Na ja. Soll doch eh nichts mehr. Scheiße, ich dachte, das ist der Baby gewesen. Mach die kaputt, Alter. Happy nicht. Ist wohl nicht. Boah, du hast nicht mal ein Geräusch gemacht. Wo denn? Wo? Ich hab dich nicht gesehen. Du warst gar nicht da. Man, ich hasse dieses Spiel, Alter. Es ist so beschissen, Alter. Hab ich mal die Punkte? Und dann kommt dieses Baby in letzter Sekunde. Das schreckt mich, Alter. Boah. So, ein dummes Spiel, ey. Schafft uns eh nicht. Ah, das zählt natürlich nicht. Du, Alter. Stehe ich's auch nicht weit vorne. Geil. Komm ich richtig an die hinteren Sachen ran. Kann ich, wo kann ich denn diese Einstellung nochmal machen? Äh. 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 Fix, glaube ich. Gut. Geh weg. Ey, das nervt. Oh, Mann. Mann. Wow. Uuun. Ich bin jetzt ganz an der Wand für Bonkebonk. So, ganz weit hinten, anders kriege ich nicht hin. Komm hier mal ran. Oh, kannst du mal bitte näher eigentlich zu mir kommen? Ich geh jetzt richtig fett an der Wand. Boah. Ja, ist so beschissen, Alter. Ich seh schon irgendwann meinen Controller einfach wegfliegen. Weil ich nicht die Schlaufe an habe. Ja, jetzt komm ich da hinten doch nicht ran. Der Linke, da zählt immer nicht, Mann! Also, die da sind, sind wirklich Probleme. Die sind Probleme. Die werden Probleme sein. Oh, okay. Die sich halt echt nicht weiter hinter kann, ist halt echt richtig belastend. Scheiße. Das Spiel, Alter. Was er ist. Kann sich bitte einfach verpissen. Kommst du? Kleid oder was? Oh, da. Mach's kaputt. Da. Boah. Hu. Das jetzt noch ne Runde kommt, Alter. Ich hasse es. Das ist dieses Minispiel. Ich kann's einfach nicht. Ich kann's einfach nicht. Bonk. 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 Äh. Bonk. Scheiße. Oh. Nein, Mann! So ein Scheiß, Alter. Boah. Ey, ich hasse es. Nie wieder. Ich mach' ihr irgendwann privat. Ich brauch' niemanden auf Besse. Ah, ich hasse dieses Spiel, Alter. Ja, aber wenigstens irgendwas heute schaffen. Bitte. Es gibt aber nichts mehr. Ach komm, ich mach nochmal. Dass ich das auf Video hab. Auch geschafft hab. Ziemlich weit unten kann das sein. Wenn ich erstmal Bonke-Bonke schaffen muss, Alter. Es ist so ein dummes Spiel. Ich muss ja nicht mehr halten, ja. Alles getroffen. Let's... Aua, go. Okay, ich darf diesmal Helping nicht anschießen. Da kommt man nämlich... Das macht mich mun, Alter. Määääääääääääää. Ich glaub, das ist die volle Punktzeit bisher. Ah. Meine Nase juckt. Warum juckt der immer zu meine Nase? Eka. Wer ist ein guter Pirat? Ich bin ein guter Pirat. Nicht wahr, Foxy? Captain Foxy! Huch, was war das? Nice, Alter, Punktzahl richtig geil. Ich weiß nicht, was man... Ist mal Style Happy da? Ich weiß nicht, was war das? Ich weiß nicht, was war das? Mach da zu, bitte! Boah! Ich hab mir immer einen Kopfstoße, Alter! Ding, ding, ding! Aua! Ja? Ich bin mal schon... Uh, was war denn das jetzt wieder? Ich hab das Gefühl, dass das wieder nicht geht mit der Aufnahme. Weil es ja mal so ein bisschen rumklitscht. Ich hab schon ziemlich viel verballert. Und nicht getroffen. Hey, P. Ja, ich lass dich in Ruhe diesmal. Kein Problem. Ich hab mich in Ruhe. Ich hab mich in Ruhe. Ich hab mich in Ruhe. Gnamen, das ist da. Ich hab mich in Ruhe. ist ziemlich dunkel hier und bist du das captain foxy captain tatsa Wer schreit denn da so? Ja? Warte ich noch nie, ich war noch nie so gut, ey. Jetzt rechts, da war was. Eppi! Schade. Hallo? Ruhn? Bisschen, oh. Na ja. Hab die Lights angemacht, tut mir leid Moon. Äh. Das magst du nicht, wa? Ich weiß das. Wir lassen die Lichter an für dich. Du wirst wieder zu Sun werden, der war netter. Es ist nach deiner Schlafenzeit. Es ist nach deiner Schlafenzeit. Kann nun must be punished. Moon. Ja? Ja, ja, ja. Bing, bing, bing. Bing. Oh, ich mag dieses Mini-Spiel irgendwie. Das ist schon einfach. Hallo? Foxy? Captain Foxy? Sind sie da? Äh, äh, der Pilzschüsse. Ah. Ah. I'm a pirate. Und? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Aufhörte. Ich mag das nicht. Aber noch nicht. Oh, ich habe eine gute Punktzahl. Ja, und? Beim Preis? Hallo. Egal, deine Pizza. Der Captain Foxy. Captain Foxy, bin wir im Sommer fertig? Ja. Ah ja, perfekt. First Mate nur? Captain Foxy, warum? So schlecht. Super gut. Habe ich schon. Unterposter. Naja. So, habe ich euch endlich das nachgeholt. Also nachgezeigt, wie Captain Foxy's wieder Fahrt war. Beim nächsten Mal schaffe ich hoffentlich den Schreitypen. Bonkebonk mache ich wahrscheinlich alleine irgendwie. Mal gucken. Helpo ist noch da. Was hast du denn, Helpy? Ich weiß nicht, wie ich das aufmachen kann. Ich würde es auch gerne nehmen, aber ich habe nichts. Damit ich es herholen könnte. Naja. War leicht. Verstehen die Typen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.